Wenn Sie jetzt bei der nächsten Gruppe vielleicht sagen, die hab ich doch schon wo mal gesehen, dann liegt es daran, dass diese Gruppe früher hieß The International Travelers und jetzt The Turning Point. Untertitelung. BR 2018 . 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